Die KWS Saat AG in Einbeck, Niedersachsen. Hier und auf den Zuchtstationen weltweit entsteht Saatgut der Spitzenklasse. Für Zuckerrüben und Mais, für Getreide und Kartoffeln sowie für Öl und Feldfrüchte. Seit über 150 Jahren züchten und produzieren wir neue Sorten. Auf höchstem Niveau und mittlerweile in über 70 Ländern der Welt. Unser jährliches Engagement für Forschung und Entwicklung rund 160 Millionen Euro. Mithilfe modernster Methoden steigern wir kontinuierlich die Ertragskraft unserer Sorten und deren Widerstandskraft gegen Krankheiten, Schädlinge und Klimaveränderungen. Pflanzensorten von KWS bieten dem Landwirt leistungsstarke Lösungen für die Anforderungen des 21. Jahrhunderts und die Voraussetzung für seinen Erfolg. Dabei ist KWS ein unabhängiges Unternehmen mit unverwechselbarem Stil. Persönlich, natürlich, engagiert und respektvoll. Rund 5000 KWS Mitarbeiter sind weltweit aktiv, handeln eigenverantwortlich, mit viel Unternehmergeist und haben den Erfolg ihrer Kunden fest im Blick. Ein stetig wachsender Nahrungs- und Energiebedarf bei zunehmender Erderwärmung. Wir stellen uns diesen Herausforderungen. Ein behutsamer Umgang mit den Ressourcen ist uns ebenso wichtig wie der Erhalt natürlicher Artenvielfalt und ihres genetischen Reichtums. Mit unserem Qualitätssaatgut können Landwirte gesunde Endprodukte erzeugen und erfolgreich wirtschaften. Ihre Zufriedenheit ist unsere Motivation. KWS, der Saatgutspezialist.